Ich habe wieder einige Produkte für euch aus der Drogerie, die ich aufgebraucht habe und vorhabe, sie mir wieder nachzukaufen bzw. ich es schon mehrfach getan habe. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich in den letzten Wochen und vor einigen Monaten wirklich darauf fokussiert, viel mehr Produkte zu testen und rigoroser auszusortieren. Und ab und zu habe ich so eine Phase, wo ich einfach so einen kleinen Rappel kriege und einfach aussortieren muss. Da sortiere ich Produkte aus, die mir nicht gefallen. Da sortiere ich Produkte aus, die mir sehr gut gefallen, schreibt mir alles auf und ich nehme euch da natürlich mit. Heute geht es um Produkte aus der Drogerie bis auf ein Produkt, welches ich aufgebraucht habe und mir auch wieder nachkaufen werde bzw. es bereits schon getan habe. Und damit wir gerade keine Zeit verlieren, starten wir direkt mit dem Video. Auch in diesem Video werden wir es wieder so machen, dass ich euch einfach ein bisschen was zukommen lasse. Einfach als Dank für euren Support. Ich weiß, die YouTube-Community ist sehr, sehr klein geworden, aber das ist der Kern der Community. Und wenn ihr Lust habt auf so ein kleines Überraschungspaket mit Produkten, dann zählt einfach die Emojis in diesem Video und schreibt mir in die Kommentare, wie ich euch erreichen kann. Wenn ihr das nicht in die Kommentare schreiben wollt, könnt ihr mir das Ganze natürlich auch bei Instagram schreiben. Wir starten mit dem ersten Produkt und das nehme ich jetzt mal ein bisschen raus aus der Drogerie, aber das ist von The Ordinary. Ich habe hier einmal Matrixyl, 10% plus Hyaluronsäure. Matrixyl sorgt dafür, dass die Haut so ein bisschen gleichmäßiger wird. Das ist ein sehr mildes Serum. Ich muss dazu sagen, früher war Ordinary das Ding und dann ist es so ein bisschen verdrängt worden, meiner Meinung nach. Es hatte nicht mehr so diesen Hype, nicht mehr so viel, es war nicht mehr so viel in aller Munde, weil einfach so viele andere Marken rausgekommen sind. Aber ich muss dazu sagen, ich kenne mich recht gut mit Hautpflege mittlerweile aus und weiß auch, was meine Haut an welchem Tag braucht. Aber es gibt Tage, da will ich einfach fokussierter arbeiten. Ich will nicht ein Super Power, Super Potent Serum, was 27 verschiedene Probleme in meinem Gesicht löst. Deswegen gehe ich dann sehr, sehr oft wieder zu The Ordinary zurück. Ordinary hat auch in den letzten Monaten und im letzten Jahr würde ich sagen, viele Produkte rausgebracht, die zu meinen Favoriten geworden sind. Wir haben einmal dieses Pink Serum, wir haben einmal diesen neuen Toner, den zeige ich euch demnächst nochmal, weil ich ihn gerade das erste Mal einmal durchgetestet habe, diese Flasche. Und was Matrixyl, würde ich mir auch wieder kaufen. Ich habe da, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, sieht man an einem bestimmten Produkt die Vorteile. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit, sofort Feedback zu einem Produkt zu geben. Es ist meistens ja eine Kombination aus vielen verschiedenen Produkten. Das hat mir aber gut gefallen, es hat sich nicht abgerollt, es fühlte sich auch sehr, sehr gut auf der Haut an. Ebenso wie das Hyaluronsäure Plus B5. Das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute, günstige Alternative zu dem B5 Serum von La Roche-Posay, welches ich auch gerne mag. Bei La Roche-Posay ist es aber parfümiert. Also wenn ihr eher eine parfümfreie Version haben wollt, kann ich euch das sehr, sehr gerne empfehlen. Ist aber nicht in der Drogerie preislich, habe ich es jetzt da aber mal mit dazu genommen. Wenn ihr aber wirklich nur in der Drogerie bleiben wollt, muss ich es euch einfach wieder zeigen. Farm Love's Face. Es tut mir wirklich, wirklich leid, dass die Marke so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Ich glaube, dass sie einfach zu nischig aktuell noch ist. Aber ich gebe mein Bestes, dass wir die Marke irgendwie beibehalten können. Farm Love's Face Hyaluronsäure Plus Bio Feige Serum. Eines der besten Hyaluronsäure Serien, die ich kenne. Ich habe schon viele getestet. Ich habe wirklich von sehr teuren bis sehr günstigen Hyaluronsäure Serien alles einmal durch. Das ist meiner Meinung nach eines der besten. Ich habe es hier auch schon wieder voll und habe auch schon mal eins aufgebraucht. Das müsste jetzt die dritte oder vierte Flasche, glaube ich, sein. Gibt es in der Drogerie. Liegt so ungefähr bei 10 bis 12 Euro. Ist etwas teurer, aber es lohnt sich. Und gerade das, eine Kombination, die ich immer mache. Ich nehme immer meinen Aven Spray oder meinen La Roche-Posay Thermal Spray. Jetzt ganz neu habe ich mit eingeführt, das Produkt hier von Isana, das Milky Moisturizer Mäuschen. Und das. Und somit kriegt ihr einfach diese Feuchtigkeit in die Haut. Und es gibt Tage, da reicht mir das auch. Also manchmal habe ich so eine Situation, da habe ich einfach keinen Bock auf eine 30 Steps Korean Barbecue Skincare Routine. Es ist warm, es ist sommerlich. Die Haut ist so ein bisschen ausgedörrt. Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit reicht bei mir meistens aus. Ihr wisst es, ich bin eine absolute Handcreme aus. Es geht, es vergeht kein Tag, an dem ich keine Handcreme benutze. Und ich habe hier die Neutrogena, norwegische Formel Handcreme Konzentrat. Ein ganz kleines bisschen ist noch drin. Aber das ist ja so eine, also das ist wirklich ein Konzentrat. Das ist sehr, 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 sehr pastig. Schon fast klebrig. Und mein Problem ist, sobald ich meine Hände mit Wasser in Berührung gebracht habe, muss ich sie eincremen. Egal mit was. Egal mit was. Ich kann das Gefühl von Trockenhaut an meinen Händen nicht. Und ich hatte das eine Zeit lang in meiner Handtasche, wenn ich verreist bin. Und immer wenn ich am Flughafen war oder sonst irgendwo und mir die Hände gewaschen habe, was ich dort natürlich noch häufiger tue als zu Hause, habe ich mir die Hände danach eingecremt. Das Problem ist aber, die zieht nicht ein. Es gibt so einen ganz schmalen Grat, wie die perfekte Handcreme ist. Ein bisschen muss sie einziehen. Sie muss aber auch so einen Film auf der Haut hinterlassen, dass die Haut sich halt wieder nicht trocken anfühlt. Das ist nur ein Film. Das ist wirklich nur so ein richtig speckiger, speckiger Speckfilm auf den Fingern. Was man damit aber sehr gut machen kann im Winter. Den Trick habe ich von meiner Oma. Sie hat so Baumwollhandschuhe, so weiße Baumwollhandschuhe. Und cremt sich dann im Winter die Hände ganz, ganz, ganz dick ein. Macht diese Handschuhe an, geht ins Bett und am nächsten Morgen hat sie Hände wie ein Baby. Meine Oma, wirklich, ich muss es wiederholen. Ich habe auch schon ein paar aufgebrauchte Produkte von Oma hier. Die hat einfach eine perfekte Haut. Die Frau ist 80, die sieht aus wie 60. Fantastisch. Weil sie halt sehr, sehr viel Pflege immer benutzt hat. Und diese Creme ist sehr konzentriert. Wenn ihr super, super spröde Finger habt oder vielleicht euer Mann ein bisschen handwerklich arbeitet. Oder auch ihr vielleicht. Die punktuell vielleicht so auf die Knöchelchen oder auf die trockenen Nagelhaut sehr gut. Auf den Handflächen mag ich sie persönlich nicht ganz so gern. Das muss ich jetzt hier nochmal mit reinnehmen, weil ich habe gerade sortiert und ich wusste nicht, in welches Video ich das mit reinpacke. Deswegen einmal hier. Keiali Jampistaccio. Hatte ich mir damals die kleine Probegröße gekauft fürs Reisen. Beziehungsweise einfach um erstmal zu riechen. Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier natürlich gar nicht mehr gegeben. Das ist bei kleinen Produkten immer, eh immer so. Aber das ist eines der schönsten Parfums, die ich kenne. Also es gehört mittlerweile zu meinen Top Ten der Parfums, die ich benutze. Es ist süß. Es riecht nach Marshmallows. Es riecht nach, es riecht nach Pistazie. Es riecht einfach so cremig so. Es riecht wie ein Eisbecher, wie ein Pistazien-Eisbecher. Haltbarkeit super gut. Tolles, tolles, tolle Entwicklung im Laufe des Tages. Habe ich mir auch die große Flasche schon gekauft. Keiali, muss ich sagen, eine sehr, sehr, sehr gute Parfum-Brand. Ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen günstiger wären. Ein Produkt, was ich aufgebraucht habe und mir auch wieder nachkaufen würde, hätte ich nicht noch ein anderes gefunden, was aber deutlich teurer ist. Das ist einmal das hier. Das ist das Brow Lifting Gel Set Extreme Hold von Essence. Ist sehr viral gegangen. Ich musste es dann leider aussortieren, weil ihr seht, was passiert ist. Ich habe es einen Tag lang leider vergessen, wieder zuzumachen und dann trocknet das sofort aus. Habe ich mich jetzt nicht ganz so doll geärgert, weil es nur 3,45 Euro gekostet hat. Bei Anastasia hätte ich, glaube ich, einen kleinen Tobsuchtsanfall bekommen. Das kostet 25 Euro. Ich habe aber auch schon eine neue Alternative, die noch günstiger ist als das und genauso gut ist. Mittlerweile, die sind alle gleich formuliert. Das ist alles derselbe Hersteller, meiner Meinung nach. Beziehungsweise die Formulierung ist ja auch recht einfach von diesen Augenbrauen-Gelen. Da kommt jetzt von jeder Drogeriemarke so ein Produkt raus. Also könnt ihr euch holen. Hier ist natürlich auch sehr, sehr viel drin. Ich glaube, 12 Gramm oder so. Ja, 12 Gramm. Es ist sehr hautpflegelastig, merke ich, weil ich mich im Moment einfach sehr, sehr viel um meine Haut kümmere und weniger Make-up trage. Ich habe hier einmal von Geek & Gorgeous das 10% Niacinamid Serum. Geek & Gorgeous bin ich noch nicht so der größte Fan. Ich habe 2, 3 Produkte, die ich gerne mag und 2, 3, die ich ganz furchtbar finde. Einmal das hier. Das ist ein sehr gutes Produkt. Das ist Bebomb Niacinamid. Niacinamid sorgt dafür, dass die Poren sich so ein bisschen verfeinern, dass Unreinheiten bekämpft werden. Denn das ist recht stark, wie ich finde. Ich glaube, 10% ist auch ein bisschen hoch. Meine Haut hat sich aber recht schnell daran gewöhnt. Das habe ich oft benutzt, wenn ich wirklich so einen Tag hatte, der... Ich weiß nicht warum. Aber immer, wenn ich unterwegs bin und nach Hause komme, habe ich eine ganz schlechte Haut für meine Verhältnisse. Dann mache ich das abends rauf. Nicht viel vorher, sondern wirklich das hier. Eine Creme am Ende. Diese hier. Kommen wir gleich zu. Und dann werden diese kleinen Pickelchen, vor allem diese ganz, ganz kleinen Pickelchen, so Sonnencreme-Pickelchen oder so, habe ich auch ab und zu, wenn ich was Neues teste, das rauf. Am nächsten Tag sind die weg. Es ist aber ein bisschen teurer. Also es ist echt spannend, wie die Preise sich in der Drogerie auch verändert haben. Wenn ich mir überlege, vor 5 Jahren vielleicht hätten die Produkte in der Drogerie niemals so viel kosten dürfen. Und jetzt ist 19 Euro für ein Hyaluronsäure-Serum in der Drogerie Standard. Bleiben gleich einmal hier. Das ist von Geek & Gorgeous Happy Barium. 10% Squalane und Lipide. Das ist so eine Abschlusspflege, würde ich sagen. Die ist sehr, 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 sehr dick. Vielleicht kommt noch ein bisschen was raus. Ich glaube nicht. Sehr dicke Creme. Sehr unspektakulär von der Farbe her. Es sieht auch nicht schön ansprechend aus. Die ist aber gut. Also gerade, wenn ich das Gefühl habe, meine Haut ist so ein bisschen gereizt, ist diese Creme rüber. Auch wenn ich diese kleinen Pickelchen habe. Diese Creme rüber. Bei diesen Barrier-Creme, die sehr, sehr viele Lipide beinhalten, habe ich oft aber das Gefühl, dass sie sich abrollen. Da muss man ein bisschen schauen, wann man die benutzt. Tagsüber würde ich die nicht benutzen. Genauso wie eine Creme, die ihr in den nächsten Videos seht, die ich nie wieder nachkaufen werde, weil ich dann lieber die kaufe. Die rollt nicht so stark ab, beziehungsweise die rollt nicht mit so vielen anderen Produkten ab. Ruhigt die Haut sehr gut, ist sehr sensitiv, ist selbstverständlich parfümfrei. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also geek and gorgeous, da würde ich mich freuen, wenn ihr eure Favoriten einmal in die Kommentare schreibt. Vielleicht habt ihr ja noch ein Produkt, was ich vielleicht noch gar nicht kenne. Dann schaue ich mir das gerne an. Wir hüpfen einmal kurz zu Masken. Einmal von Gangi, die Koffein-Augenpatches. Haben mir sehr gut gefallen. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Ich habe jetzt aber ganz, ganz viele von meinen Schäbensaugenkapseln gekauft. Neulich habt ihr gesehen. Die sind einfach natürlich deutlich besser und funktionieren besser unter Make-up. Manchmal, ich muss dazu sagen, aber da bin ich, glaube ich, mit meiner Meinung alleine. Ich habe das Gefühl, dass diese Drogerie-Masken, nicht alle, aber die meisten, eher so ein bisschen, du kaufst das Erlebnis und du kaufst so ein bisschen oberflächliche Feuchtigkeit. Viel mehr passiert da meistens nicht. Die von Gangi haben mir gut gefallen. Die sind aber teuer. Und es ist immer so ein bisschen schwierig, in der Drogerie zu verstehen, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis noch gegeben. Die sind nach einmal benutzt und weg. Haben mir aber gut gefallen. Sehen natürlich auch ein bisschen männlich aus. Sie sind schwarz und sie sind so ein bisschen Kohlefaser und aktiv. Kohle, Koffein, Glycerin. Diesel ist auch mit drin, so ungefähr. Wir bleiben gleich nochmal kurz bei Gangi. Da habe ich das Magnesium Dry. Das ist mittlerweile echt eins meiner absoluten Favoriten geworden. Hätte ich nicht gedacht, habe ich mir mittlerweile auch schon viermal nachgekauft. Ich habe auch gerade zwei in Verwendung. Eins hier, eins oben. Dass ich einfach überall eins habe, je nachdem, wo ich dusche. Magnesium Dry, Antitranspirant, 0% Alkohol, lässt die Haut atmen und schützt vor Achselnässen. Ja, ich bin jetzt nicht so die Schwitzemaus. Deswegen bin ich vielleicht nicht so der Maßstab. Aber das gefällt mir sehr gut. Ich liebe den Geruch davon. Das riecht ganz, ganz toll nach Puder. So einen sauberen Puder. Es braucht einen Moment, bis es antrocknet. Ich gehe aus der Dusche, trockne mich unter den Arm ab, mache sofort das D rauf und dann trockne ich den Rest meines Körpers. Es braucht wirklich einen Moment, bis es einzieht. Ich würde nicht sofort schwarze Klamotten anziehen. Aber es gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und ich habe ein ganz schwieriges Thema. Tut mir leid, spult entweder 20 Sekunden vor oder nicht. Es gibt manchmal DOS. Da habe ich das Gefühl, dass sie unter meinen Armen die Poren verstopfen und das sich dann entzündet. Und ich bin vorbelastet, dass ich Entzündungen in der Haut kriege. Das habe ich hier nicht gehabt. Und das habe ich oft bei Roll on DOS hier. Sehr gut. Und zum Abschluss würde ich euch gerne das hier noch mitgeben. Das ist die Isana Soforthilfe Haarkur mit Keratin und Repair. Hochwertiges Keratin. Pflegt die Haarstruktur. Geschmeidigkeit, Elastizität. Pflege ohne Silikone. Ganz, ganz toll. Wirklich toll. Ich bin ja nicht so anspruchsvoll, was meine Haare angeht. Das hat mir aber so gut gefallen, dass ich mir das auf meine Liste geschrieben habe für Produkte, die ich nachkaufe, für den privaten Gebrauch. Ich kaufe natürlich immer sehr, sehr vieles in der Drogerie, um es für den Content zu verwerten. Und nur ein Zehntel davon benutze ich dann auch wirklich am Ende privat. Das zeige ich euch dann meistens in diesen Aufgebraucht-Videos. Da seht ihr das dann immer. Wenn ich Produkte aussortiere oder ihr sie mal gesehen habt in einem Haul, aber nie wieder gesehen habt, dann wisst ihr, ich habe sie gekauft, habe sie vielleicht einmal benutzt. Die haben mir nicht so gut gefallen. Ich habe sie verlost. Ich habe sie verschenkt. Ich habe sie gespendet. Je nachdem, was damit möglich ist. Das ist ganz, ganz toll. Meine Mutter hat mir die empfohlen. Ich habe die bei meiner Mama gesehen und dachte mir, okay, wenn Mama die benutzt, dann kann das gut sein. In den Längen soll das wohl sehr, sehr gut sein. Die Haare sahen danach nicht fettig aus. Und es ist recht günstig. Du brauchst nicht viel. Was ich damit gemacht habe, ist, ich habe das meistens einfach so ein bisschen als Haarkur benutzt. Also, dann mache ich meine Haare einfach nass ein bisschen, mache die Maske rauf und lasse es dann antrocknen. Und am nächsten Tag morgens wasche ich das dann aus. Sehr, 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 sehr gut. Ich bin super gespannt, welche Produkte ihr vielleicht in der Drogerie habt, die ihr mir empfehlen könnt. Dann schreibt mir doch gerne einmal in die Kommentare, welche das sind. Denkt an die Emojis. Und ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.